Tag für Tag erkunde ich Island und lerne die Energien, die Naturwesen kennen und es ist alles atemberaubend. Hier wohnt die Elfenkönigin Islands. Wenn ich mir die Elfenkönigin in Island anschaue, da fällt mir sofort eine Parallele zu der Schweiz ein, zu der Riegewächterin. Auch hier ist eine ganz besonders sanfte Energie bei all der unglaublich atemberaubenden Natur. Ich erlebe, dass mit jedem Naturwesen wir richtig gut hier meditieren können. Sie sind sehr offen, sehr aufgeweckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.